Musik Es ist Sie, Stig, der 28 Stiuli. Ich begrüsse Sie noch zu dem neuen Tag mit dem Psalmwort, Psalm 75,2. Wir preisen dich, oh Gott, wir preisen dich, und die deinen Namen anrufen, erzählen von deinen Wundern. Und in der Apostelgeschichte 3, Vers 8 lesen wir, der Geheilte sprang auf, lief und sprang umher und lobte Gott. Warum soll man überhaupt Gott loben? Eine echte Frage, für die Leute fast eine existenzielle Frage. Etwas wehrt sich in ihnen, das ist das grosse, monströse Ego im Himmel oben, die wie ein Staubsauger, allen Staub, hauptsächlich den oder Goldig Staub, das Beste, den die Menschen noch geben können, absaugt zu sich in den Himmel hoch, während wir hier auf der Erde nicht so raumsüchtig sein sollen. Das kann doch nicht aufgehen. Aber man muss eben sagen, wer über das Wasser schreiben möchte, der muss zuerst selber nass werden. Vorher sind seine Worte und sein Verständnis vom Wasser alles zusammen nur leere Begriffe. Leider, und da muss ich ehrlich sein und ich muss auch selbstkritisch sein, leider mussten viele Leute Gott loben. Das war ihnen zu bestimmten Zeiten und manchmal sogar zu Unzeiten, vielleicht auch im Jugendalter, wo es ihnen gar nicht gepasst und ihnen nichts gesagt haben, mussten sie entweder Liturgien aufsagen oder gewisse Lieder, die sowieso nicht zu ihrer Kultur gehört haben, mussten sie nachsingen oder sogar auswendig lernen. Und dann ist es ihnen gehörig verleidet, Gott zu loben. Unter anderem sogar die Landeshymne ist ja neu in unserem Liederbuch. Über diese sieht man jetzt eine schöne Reklamen zu einem Fleischbitz. Immerhin im Blick auf eine erste Augst, weil da muss man sagen, eigentlich ist es grauhaft, wenn eine Firma etwas so macht. 30 Uhr morgens rote daher, sehe ich dich im Strahlenmeer, dann kommt ein bisschen Fleisch. Aber man muss sagen, man kann es eben auch nachvollziehen. Irgendwo hat man ein Verständnis dafür. All die Leute, die Gott haben müssen loben, haben keinen wirklichen Bezug zu was sie machen. Über das Wasser kann man nicht schreiben, wenn man nicht selber nass geworden ist. Gott kann man nicht loben, man kann ihn nicht wirklich loben, wenn man ihn nicht erlebt hat. Das ist eine ganz grundwichtige Aussage. Menschen, die ein Wunder erlebt haben, das quasi eintaucht in diesem Ozean, in diesem Meer von Wunder, das Gott tut. Sein Wesen haben wirklich erlebt und das unglaublich fantastische Gefühl haben gesehen. Es übersteigt alles Verständnis, wenn Gott so Wunder tut in unserem Leben. Die denken ganz spontan. Die haben keinen Moment der Gedanken an ein Hintertürchen, das Gott hat. Es kommt ihnen nicht in den Sinn. Gott will sie auf diese Art irgendwie missbrauchen. Für das Ganze etwas transparent darzustellen, etwas vereinfacht zu sagen, wenn es überhaupt geht. Es ist ja eine Erlebnis-Ebene. Wir müssen uns vorstellen, Gott ist das Wesen, das die grösste Freude daran hat, jemandem etwas Gutes zu tun. Das ist sein Naturell. Und der Mensch ist das Wesen, das mit Lob signalisiert, dass das Guten bei ihm angekommen ist. Und wenn das Lob nachher hochgeht, signalisiert es oben, aha, unten haben sie es angenommen, es ist angekommen, es hat etwas bewirkt und dann ist die Freude im Himmel nachher doppelt so gross. Die Wunder sind manchmal grösser, manchmal kleiner, manchmal unscheinbar, manchmal sehen sie alle anderen auch. Als ich mit meinen beiden Jüngsten das Heimatdörfli, ein ganz kleines Nestli im Graubünden, ein Geisserdorf, besuche. Wir wollten dort übernachten, aber es hatte natürlich kein Hotel und nichts. So bin ich zum Gemeindepräsidenten und sagte, wir sind Bürger von hier. Wir würden sehr gerne hier mal den Sonnenaufgang sehen, in dem Dorf, wo unsere Vorfahren gelebt haben. Und sehen wir einen Teil. Und dann sagte er, ich bin selber Bauder, ihr könnt bei mir erhostet übernachten. Und so kam es, dass es der einzige warme Abend war. Dann hat es ja geschneit im Graubünden Tag drauf. Der einzig warm, schöne Abend mit einem abgedeckten Himmel, den wir in unserem Heimatdorf konnten in den Abend hinein und dann in den neuen Tag hinein das Erlebnis machen, das zungerige Erlebnis, wo wir so reich beschenkt wurden. Es ist etwas von dem, wo man sagen muss, morgen bist du einfach voll Dankbarkeit, dass das möglich ist. Und noch dankbarer bist, wenn du dann in den Nachrichten gehörst, ja, jetzt hat es wieder runtergeschneit in das halbe Graubünden. Das ist unser Gott, der Wunder tut. Und die wünsche dir doch, exakt. The Talk. 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 The Talk.